Jo, was geht, Leute? Endlich habe ich meinen YouTube-Channel gegründet. Dankeschön, danke. Aber jetzt Ruhe. Es geht weiter. In diesem neuen Video, das ich euch jetzt zeigen werde, geht es um mich natürlich selber, als Hauptperson. Checkt mal das Video ab und ich hoffe, es gefällt euch. Oh Mann, ist das viel Stoff für morgen. Ich weiss gar nicht, ob ich diese Prüfung bestehen. Am liebsten würde ich einfach Naruto schauen, aber wenn meine Freundin da ist, kann ich das nicht riskieren. Okay, es ist gegangen. Yes! Oh, geht es, Junge! Junge! Ha! Ich muss bestimmt, was du jetzt sehen. Okay. Ich brauche ihn noch. Ich bin gerade fertig. Ich kann nur noch ein bisschen durchfallen. Oh shit. Was willst du machen? Nicht, nichts. Ich wollte nur lernen. Du musst verstehen, meine Hingabe zu Naruto ist grösser. Verlass mich nicht. Ich schreibe jetzt einmal, ob er mich holen soll. Ich kann so nicht mehr. Es ist fertig. Nein! Sie ist einfach gegangen. Er ist da. Du musst wohl da Gabe sein. Wo kann ich das sagen? Am besten regeln wir das draussen. Nein! Ich war nicht so, dass du meine Freunde mitnimmst. Ich bin also gereinigt. Jetzt bin ich, was ich gefeiert. Ich bin einfach gereinigt. Nur, nein! Jetzt bin ich automatisch. Bumm! Schlami! Schlami! Du wirst bezahlen! Lange habe ich für diese Technik gelernt. Gidon! 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 Agape, gehen wir! Auf was du wartest? Bugga! Was habe ich gerade gesehen? Falls euch das Video gefallen hat, klickt unten und kommentiert. Es hat sehr viel Spass gemacht, das Video zu drehen. Auch dank meiner Leute. Ohne euch hätte ich es natürlich auch geschafft. Und wir sehen uns nächstes Mal, wenn es wieder heisst, es gibt keinen Grund schürzt zu sein, wenn du weisst, dass du geil bist. Ah, ich war schon da oben. Nochmal. Ja 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 Person. Ja, ich bin auf diese Drehung. ист. Ich bin auf der der langer Seite des Drehungen. Ich bin auf dem einen當sten Drehungen. Ich bin auf dem Barsch. Ich bin auf dem Barsch. Die Drehungen.